halloween beginnt wodka und berry ja das was ihr gerade gesehen habt das war so ja das waren halt einfach halloween vibes von damals mal gucken wie das in unserer welt ist ich bin sehr krank und die kameras da zu inszenieren war nicht einfach nein ja es was gehst du denn heute ich war mal ein mann und ich bin auf dem weg zu einer frau aber der rest meines kostüms fehlt noch wo ist denn die lampe mann das ist bestimmt in meiner künstlichen scheide zumal meine boi pusikos meine brüder dürfen gern naschen also ich gehe heute als das wovor viele menschen wirklich angst haben und zwar als grüner klimakleber deswegen gibt es heute grün treffi hier muss man nicht viel dazu sagen ich bin eine transe und eine hexe wollen wir bitte ein foto machen bevor das hier randaliert wird das so ne ne alles gut ich bin übster fan von deinen tiktoks warte mal du bist jetzt so jetzt bist du scharf ich feiere den tiktoks übelst alter da sitzt jemand an der haltestelle dem wir gleich mal fragen können süßes oder saures irgendwie schlafen wie spät haben wir es um acht übrigens der 28 deswegen werden alle überrascht sein dass hier schon leute kommen die so frühzeitig halloween feiern aber was soll mir machen was soll mir machen ich meine da da stehen uns halt die süßigkeiten zu weil wir die ersten sind wer zuerst kommt der schändelt zuerst ist ja klar 5 sek 5 sekunden klingeln achso 5 sekunden schau mal den maul eins zwei drei vier fünf ok so gucken wir mal unter fünf sekunden geht er wenn man einfach nicht ran da ging ein fenster auf süßes oder saures es ist halloween ich bin graf klebula ich bin graf klebula ich bin süßigkeiten du mit max du mit na endlich ist der graf im modus der graf ist im modus ich gönn mir jetzt mein näschen ich bin reine zu dann Ja, wir sind zu früh dran, wir haben gedacht, wenn wir so früh dran sind, kriegen wir die Süßigkeit, bevor es die anderen holen. Sonst klebe ich mich an ihr Geländer. Ich hoffe, das hat er nicht gehört. Bitteschön. Vielen Darm. Sehr gerne. Wollen Sie einen Schluck Pfeffermünzelig haben? Nee, danke. Warum brennt denn jetzt der Hexenhut? Naja, äh... Alter, jetzt hat er mir den Pfeffi weggesoffen. Naja, ist doch egal, heute geht's... Das war doch der Sinn der Sache, oder nicht? Heute geht's ja nur um Halloween. Das war doch der Sinn der Sache, oder nicht? Ja, alles gut, ich habe eins jetzt nicht richtig. Also, es ist auf jeden Fall demotivierend, muss man ehrlich gestehen. Trotz radikaler Methode einfach konstant überall zu klingeln. Niemanden an die Klingeln. Ich meine, klar, wir haben schon was bekommen, aber es reicht noch lange nicht. Achso, süßes oder saueres? Nichts sprechen gleich. Achso. Was heißt denn Süßigkeiten auf Englisch? Äh, Sosichki. Oh nein, die fängt an zu rauchen, Alter, guck mal. Die schmilzt. Was? Was? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ach, die Nase! Äh, süßes, süßes oder saures? Halloween? Kinder sind die nicht mehr, oder? Na doch, im Kopf. Die großen Kinder? Ja, haben sie was süßes für mich? Ja, haben sie. Oh, geil. Ja, ich bin... Ein Apfel! Junge, das ist ja was saures. Alter, ne, wo ist er? Wo ist denn der Apfel? Wo ist denn der Apfel? Sorry, die vielen Damen. Ach, das schönste Gefühl an Halloween ist eigentlich nur die Klingeln zu drücken. Dann folgt die Hoffnung. In den schlimmsten Fällen die Enttäuschung. Und das Schlimme ist... Die schlimmsten Fälle sind ziemlich häufig. Also die Enttäuschung ist ziemlich häufig. Aber ja gut, so ist Halloween. Man hat Angst vor Enttäuschungen und so. Und eigentlich geht der Halloween-Flog nur darum. Äh, süßes oder... Da ist jemand dachte... Süßes oder saures? Moment. Warten. Süßes oder saures? Nee, gar nichts. Oh, na gut, okay. Ja, tschau, das Gleiche. Ja, okay. Ja, tut uns leid. Ja, alles cool. Alles cool, Bruder. Nein, 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 nein. Ich weiß was, eigentlich hasse ich Hunde. Hier gibt's keine Klingeln, aber... Da ist jemand drin. Ja? Wirklich? Ist das jemand? Ich weiß es nicht. Da ist niemand. Nee, da ist niemand. Ist das denn deine Spiegelung? Nee. Hier ist einfach keiner. Aber Junge, hier kann man rein. Hallo! Servus. Das ist eine Hallo-Karlow-Pizza für die Halle. Ach so? Hallo! Max, hey, hey. Ganz entspannt. Servus! Hallo! Süßes oder darm-r-r-r-r-r-r-r-s. Pizza! Wo ist denn die H für halloween also für den vlog habt ihr was süßes habt ihr eine pizza habt ihr ein paar pizza brötchen könnt ihr euch was bei ihnen kaufen das könnt ihr machen echt wo ist denn der einger um die ecke aber bis gleich kostet wirklich was ich dachte wir überfallen den mann wir gehen jetzt in der pizzerialle das ist dann willst du jetzt extra umweglaufen von netto was ist denn? gehen wir nun mal alles zu netto oder nicht? wir müssen pizzer netto hat doch schon gut nee, es war 42 oi 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 gibt's so viel oi gibt's so viel oi maus und twix das ist mehr auf den damit straßen ich bin nachher bei pizza dann liegt gleich mein Bruder mit Kater oi 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 o 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